Einen wunderschönen guten Tag, na lo! Ich begrüße euch alle herzlich wieder hier zur nächsten Folge von Strategic Hummer and World War II II, wie auch immer. Es gab ja mal Beschwerden darüber, dass wenn ich das denglich verwende, also Englisch anfange und dann Deutsch weitermache. Ja, ich glaube aber es läuft jetzt eigentlich ganz okay. Ich habe natürlich ein paar Fehler schon gemacht, keine Frage. Es gibt schon ein paar Sachen, die... Ja, ist nicht so schlimm. Also, das kriegen wir so oder so hin. Zum Beispiel jetzt hier, dass ich dieses Prestitowski-Wand angenommen habe und so weiter. Aber dadurch haben wir ein bisschen Land gewonnen. Natürlich, die MPP im Nachhinein gesehen wären sinnvoller gewesen, aber hey, das tut weh. Der hat mich auf fünf runtergebombt. Das ist aber nicht so dramatisch. Das hat ihm mehr geschadet wie mir. Das war okay. Wenn er den Trait so immer macht, dann ist das schon in Ordnung. Weil die Marine dadurch immer weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Okay. So, also. Wir können hingehen. Ich muss aber erstmal mit ihm... Moment. So. Dahin. Wir sind jetzt einmal hier. Darum mache ich das jetzt hier einmal. So. Du gehst jetzt mal einen Schritt zur Seite. Du gehst dafür dahin. Halbautomatisch. Du gehst auf jeden Fall unter seine Kontrolle. Und ich muss dich nach hier bewegen. nach El Alamein wahrscheinlich, ne? Komm, ich krieg dich aber nicht dahin. Machen wir mal so. Das passt. Den leichten Kreuzer benutzen wir mal zum Scouten. Ich geh davon aus. Du kannst nichts angreifen. Wie weit hast du denn abfahren? Ah, eskortieren. Eskorte Reichweite von 13. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Kommt auf jeden Fall hin. Du wirst auf jeden Fall auch unterstellt. Das war ein Fehler. Ich muss den beiden mal tauschen, weil der hier ist besser an der Front wie der andere. Ja, checken wir jetzt erstmal. Ach, du bist auf Flugzeugüberwachung. Ah, nee. Falsch eingestellt. Okay. Machen wir mal so. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein... Wenn hier dieses Ding ins U-Boot ist, brauchen wir auf jeden Fall zwei Zerstörer hier. Ähm, müssten wir nur mal gucken, wie wir das anstellen. Aber das machen wir dann. So. Er müsste reinforced werden. Eben geben wir jetzt erstmal einen auf die Nase. Drei, zwei... Das reicht mir. Ich könnte ihn hier rein... ihn auffrischen. Wo stehen wir wie? Okay. Du, Panzer, kommst auf jeden Fall erstmal nach vorne, ne? Du kannst dich nicht viel bewegen, darum gehst du erstmal nach da. Das ist okay. Krischen wir auf. Ich glaube, genau, dass du da denselben Wert hast. Du musst da stehen bleiben. Du bist ja jetzt unterstellt. Wie gesagt, das müsst ihr eigentlich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das reicht da hinten locker. Das ist locker. So, du kriegst jetzt erstmal auch mal ein bisschen mehr Punkte. Du musst mal ein bisschen bessere Waffen bekommen. Und den hier hinten müssen wir nachher mal sehen. Ich muss hoffen, dass er zuerst ranfährt, ne? Das ärgert mich mit dem Flieger, dass ich das falsch eingestellt hab. Na gut, passiert. Ähm... Genau, hier kann ich nicht durchfahren. Den... Fahr mal da hin. So, schade. Haben wir auch nichts entdeckt. Wir können von hier aus nicht losfliegen. Wir können aber den taktischen Bomber mal verlegen. Das mache ich auch. Nach hier. Dann setzen wir mal ein bisschen zur Offensive an. Okay, das passt. Die Flieger, damit kann ich nicht viel machen. Dich kann ich auf jeden Fall mal da Langstrecke upgraden. Das ist schon gut. Ihn hier theoretisch auch. Aber ich gucke jetzt mal so ein bisschen erstmal auf die Schiffe. Äh... Eigentlich, die brauchen alles, ne? Ja. Die brauchen Theo, nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis brauchen die alles, weil kein Bock, dass die nachher versenkt werden von einem normalen Schiff. Und... Ähm... Genau, kein Bock, dass die versenkt werden. Schlachtschiff. Die Frage ist jetzt halt... Ich schicke die jetzt nach unten. Dieses Schlachtschiff, oder? Die zwei nicht. Ich glaube, den Träger wäre gar nicht so doof, die Idee. Den schicken wir mal runter. Oh. Der kann auch besser werden. Der bleibt hier oben, der ist zu schwach. Verbessern wir den? Weil eigentlich die U-Boote sind der schlimmste Feind. Ich will unten die Marinewaffen bekämpfen und gegen Luftwaffe habe ich eh keinen Bock, dass der da versenkt wird. Andererseits kann ich Luftwaffe vielleicht auch mal bei ihm verzichten. Ähm... Hm. Hm. So. Dann behalte ich diesen einen hier. Was hast du denn für... Bomber. Ist keiner da. Das stört mich nur gerade, dass ich den nicht mehr zurückbewegen kann. Das ist doch kacke. Äh... Äh... Fahre mal da hin. Lieber du versenkt, dann stell dir der andere. Ähm... Oder du. Du bist so oder so wurscht. Leichte Kreuzer sind für mich reine Aufklärungs- und so... Äh... Ihr Dingens-Maschinen, die Kreuzer. Wenn die versenkt werden, werden sie versenkt. Das ist jetzt nicht dramatisch. Die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Aber... Ja... Mehr als nett empfinde ich die nicht. Fahre weiter. Äh... So... Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir da hinbewegt. Den Befehls haben wir, haben wir rangebracht. Ihn hier haben wir vorbereitet, für da überzusetzen. Wir müssen eine Runde warten, damit wir Infanteriewaffen attacken können. Und... Den musst du auffrischen. Den... Wenn der clever ist, zieht er ihn zurück. Der hat halt eine 6 versorgen, wegen ihm hier, weil hier die Landverbindung ist. Er hat ihn nicht aufgefrischt, das ist ein Fehler gewesen, meiner Meinung. Ähm... Dafür setzen wir gratis hart zu. Amerikaner können wir attacken. Eventuell. Ähm... Die schweren Bombe oder weiterentwickelte Flugzeuge wäre eigentlich mega Luftabwehr. Ja, komm, wir machen mal die Luftabwehr, ne? Logistik. Wir müssen eigentlich alles verlegen. Das ist ein ganz wichtiger Tag theoretisch. Nicht nur theoretisch, auch praktisch, weil... 10% Reduktion der Kosten, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Wir müssen ja alles hier rüber verlegen, ne? Entweder nach hier oder nach hier oder sonst wo hin. Ja, das ist eigentlich ein must have, ne? Also... Das ist komplett indiskutabel. So, jetzt haben wir noch 70 Punkte bei denen hier übrig. Wodurch wir ihm hier das geben können. Das passt. Ihnen hier ist mir egal. Der 6er, der bleibt halt, ja, aber... Der wird wahrscheinlich nicht mehr hardcore kämpfen. Und dann... Haben wir immer noch keinen diplomatischen Erfolg bei Schweden erzielt. Und dann wollen wir einfach in die nächste Runde gehen. Ägypten wird überfallen. Zusammenstöße zwischen Parisern und Polizei am Waffenstillstandstag. Warum ist denn der im November? Okay. Logistik, das ist ganz nett. Ägypten ist halt blöd, dass es geradet wird, aber mehr als blöd ist es jetzt nicht. Aber ist schon okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.